Überall Flammen, tausende Menschen ohne Obdach, Asche und Verwüstung. Das sind die Bilder, die wir vom Brand im Flüchtlingslager Moria im September letzten Jahres noch im Kopf haben. Die meisten jedenfalls von uns. Nach dem Brand kommt aus Deutschland dann das Versprechen, 1553 Geflüchtete von den griechischen Inseln nach Deutschland zu bringen. Alles mit sozusagen Überprüfungen, Familien mit Schutzstatus und ähnlichem. Es hat mehr als ein halbes Jahr gedauert, das Versprechen komplett einzulösen. Heute kommt der letzte Flug hier an.